Hallo Leute, herzlich willkommen wieder bei der nächsten Folge von RUMBOSXX Und wie spielen wir heute nicht allein? Ich bin mit gutem Michi dabei. Hallo! Und der nimmt den Hammer schon wieder. So, wo gehen wir hin? Kann ich dir nicht sagen, meine FPS sind gerade so fucking scheiße. Wieso das? Keine Ahnung. Bist du schon wieder in Info? Nein nein, Info bin ich hier auf. Okay. Ich hatte es am Anfang in 3 FPS, aber jetzt sind sie wieder hoch. Ich kann gerade so noch umstellen, weil es mit Schruppen drin ist. Okay. Na dann auf geht es in den Kampf. Und... So. Will ich nicht. Okay, bei mir ist gar nichts, momentan. Oh oh. Was ist? Ich habe da ein Licht gesehen. Was für ein Licht. Ein helles Licht. Willst du dort? Nein. Ich ärgere gerade einen Boomer. Ach so. Ah, ein Boomer bei dir ist. Ja, ich sehe das Licht, aber er kommt nicht raus. Ich habe das Licht gesehen. Ich habe das Licht gesehen. Okay. Bei Boomer höre ich auch nichts. Ich bin ein bisschen verrostet. Ich bin ein bisschen verrostet, glaube ich. jetzt frage wo ist diese schade ich hab gedacht habe ich ihm schon aber genau da war ein boomer genau das war boomer nummer zwei ja ich hab ihn erledigt schon und ein wunder mich ich lebe noch nicht genau nach den zwei boomer meisten bist du immer tot und dadurch habe ich den körper ich bin blind ich bin blind die hilfe kommt shit ich habe keine granate vielleicht hätte ich jetzt auf der treppe eine granate hingeworfen da kannst du ewig schießen seppi ich habe auch keine granate ich schon ich habe so etwas versaut hast du warte 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 weg ich habe den weg geholt oh fuck ja 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 ist schon wieder bis an bord wie konntest du mich ich bin blind ich nicht ich bin noch bei dir wo hauptürrahmen 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 Geisel gesichert, Geisel muss evakuiert werden. Boah, ich wollte gerade abdrücken, du bist mir im Visier gerannt, ne? Okay. Und er hat es ausgenutzt, ey. Aber wir müssen sowieso anrichten, oder? Nimm Geisel doch. Bist du dort? Halt du mir im Visier, du standst ja direkt vor mir. Ich wollte ja gerade auf dich schießen, aber in dem Moment bist du ja gekommen. Ey, okay. Kommst du vor mir. Irgendwann. Du hast einen Punkt gegeben. Hmm. Schnell. Nein, sorry. Weißt du, ich sterb immer gerne. No sterben wir, schau immer. Wie ist das? What, wo? Alter, ich hasse die fucking besches in der Stelle. Weiß ich, ich seh den Gegner nicht. Ja, mit Person sieht man sowieso nicht so wirklich. Alter, geh mal, nehm dich doch. In der Hand. Ja. Feld geschlagen. Noch mal, gell? Ja, klar. Ich habe fünf Maniketten, du zehn mehr. Mhm. Weißt du doch. Immer. Ich bin immer. Ich mache immer mehr Kälter als du. Ich weiß nicht wieso. Wahrscheinlich, weil ich, ich versuche sofort auf den Kopf schießen. Ich mache da mehr Treffer mache ich. So. Denn Gott ist wieder auf. Ach komm, versuchen wir mal mit Schrotflinte, ne? Okay. Kannst du versuchen. Malzwech kann ich ja nicht schauen. Wir brauchen Sichtkontakt zur Geisel. Erwart ein Signal. Ich bin dabei. 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 Komm mal rein! Wow, fuck! Was? Du lebst noch? Naja, da warst du drei Mann. Bei mir ist Boomer, gell? Du lebst aber noch, oder? Ja, ja. Oh lol, kannst ja runterkommen. Jo, wo bist du? In gleicher Raum, oder was? Ja, du musst halt hier weiterkommen. Ne, ich bin unter dir. Hast du einen Boomer erledigt? Ne, ne, ne. Also, ich habe einen Boomer erledigt. Und ich führe, glaube ich, leise am zweiten. Ah, fuck! Ha! Sonny! Sonny! Sonny, ich bin dran. Ich brauche einen Sonny. Hallo! Hi! Ich habe auch eine Kondekranate noch werfen. Kannst du noch einen hinbringen? Achtung! Ach! Ah, aber der Boomer fehlt, ne? Ja, ich höre einen Boomer. Der kommt schon. Wir haben die Geisel verloren. Die Geisel sichern. Weg das! Okay. Bist du... Ja, da sind sie raus. Geisel muss evakuiert werden. Alter, der sind... Au! Weg! Alter, wo ich schaue, das kommt immer. Bumm! Geh mal hier hinter dir an, der hier bei mir liegt. Oh! Okay. Muss ich nachladen. Gehen wir. Ist das voll? Jetzt. Oh, mein. Nein, der ist schon mal. Müssen wir dort gehen. Ich gehe ganz nach links, ne? Okay. Ich mache ganz dreckige Arbeit und du kannst ruhig hier laufen, gell? Boah, ich habe gedacht, hier ist noch ein Gegner. Yeah, Leute! Gewonnen! Erfolgreich! Gute Arbeit! Da ist ein Dreimal-Sin-Gefahrballer. Machst du ein 1? So, Nachhinein. Zweite Magazin. Also, diese Waffe hatte nicht viel Munition oder was? Hm? Das ist eine Maschine wieder. Also. So, Leute, ich würde sagen, das war's und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschau!